Eltern habe, die ihm einfach immer Liebe geschenkt haben. Wenn jemand etwas mit Freude macht, dann brennt er dafür und ist dann bereit, eine extra Meile zu gehen. Wir brauchen Leute, die positiv die Zukunft gestalten wollen. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe unseres Video-Podcasts Menschen brauchen Sinn. Der Podcast für mehr Energie, für mehr Engagement und für mehr mentale Gesundheit im Leben. Wir sind heute zu Gast an einem ganz besonderen Ort, nämlich im österreichischen Parlament, das so ungefähr einem Jahr neu renoviert eröffnet wurde. Und zu Gast sind wir heute beim Nationalarztabgeordneten Peter Weidinger. Lieber Peter, vielen Dank, dass wir heute hier im Parlament zu Gast sein dürfen bei dir. Gerne, Thomas. Peter, meine Frage an dich lautet, was macht für dich Sinn im Leben in der Arbeit, in der Freizeit? Was ist das? Sinn macht für mich, an der Vision zu arbeiten, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder und jede ihre Talente voll entwickeln kann und dabei die Bedürfnisse der Welt auch in den Augen behält. Was bedeutet das konkret für dich? Das heißt für mich einmal konkret, dass ich mit Menschen gerne zusammenarbeite und versuche, meinen Beitrag zu leisten, um Angst zu nehmen. Angst vor Fehlern, Angst aus Unsicherheit heraus, damit Menschen einfach das, was in ihren Herzen brennt, mit Begeisterung einbringen. Weil meine Erfahrung zeigt mir einfach, wenn jemand etwas mit Freude macht, dann brennt er dafür und ist dann bereit, eine extra Meile zu gehen. Und stelle einmal Thomas eine Gesellschaft vor, wo mehrheitlich die Menschen so mit so einer Haltung durchs Leben gehen würden, wäre das nicht eine schöne Wirklichkeit, in der wir dann gemeinsam leben. Das ist eine hervorragende Vision und eine ganz coole Vorstellung. Und ich nehme an, in deiner Rolle als Abgeordneter zum Nationalrat bist du dabei, genau das umzusetzen, oder? Ich arbeite daran jeden Tag und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das als Abgeordneter machen kann. Das eine ist natürlich die inhaltliche Arbeit im Parlament. Da geht es ja darum, Gesetze und Rahmenbedingungen zu schaffen, das zu ermöglichen. Und das andere ist natürlich viele persönliche Begegnungen, Gespräche, Möglichkeiten, Botschaften an viele Menschen zu adressieren, wo man dieses Bild miteinander auch entwickeln kann. Sag, wie kam es dazu? Wo hast du diese Ideen her? Wo hast du diesen Antrieb her, das zu machen? Kam das aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend? Wie kam es dazu? Also ich darf mich so glücklich schätzen, dass ich Eltern habe, die meiner Schwester und mir vom ersten Tag an und wahrscheinlich schon bevor wir auf die Welt gekommen sind, einfach immer Liebe geschenkt haben. Und das hat mir natürlich massiv geholfen, für mich selbst ein Selbstwertgefühl aufzubauen. Und dieses Getragensein, dieses Dankbarsein, führt mich immer wieder in die Möglichkeit, dass ich schmerzfrei und offen Themen artikuliere und oftmals auch auf Dinge, die Gespräche führe, die einfach merkt, die abgehen oder die gerade im Raum stehen. Und das schafft oft eine Atmosphäre, wo sich Menschen eingeladen fühlen, das auch so zu tun. Absolut, ja. Kannst du uns ein paar vielleicht Episoden aus deiner Kindheit erzählen, wo du das besonders erlebt hast, diese Liebe deiner Eltern und wo du dich zurückerinnerst oder sagst, das waren so prägende Elemente für dich in deinem Leben? Ja, also mein Vater, der letztes Jahr, also 2023, dann plötzlich verstorben ist, war wahrscheinlich mein größter Fan, wenn ich so formuliere. Das heißt, er hat mich eigentlich unterstützt bei allen meinen Ideen und Vorschlägen, die ich gehabt habe und das war für mich schon eine extreme Hilfe, die für mich als Kind damals mir viele Möglichkeiten aufgemacht hat. Weil, wenn ich interessiert war an einem Hobby, hat er mir das einfach mitermöglicht oder hat mir einen Weg aufgezeigt, wie ich selbst das auch machen kann. Sei es Fußballspielen, dass er mich zum Fußballtraining gebracht hat oder auch immer wieder abgeholt hat. Aber es waren auch Themen wie Geschichte, das mich immer interessiert hat und so hat mein Vater mir einmal ermöglicht, dass ich als Zwölfjähriger mit ihm, meiner Mutter, nach Ägypten gefahren bin zu den Pyramiden und ich werde das nie vergessen, wie ich als kleines Kind oder noch nicht Jugendlicher vor diesen riesigen Pyramiden gestanden bin. Das war schon ein besonders inspirierender Moment und dafür bin ich meinen Eltern dankbar, dass sie mir immer wieder solche Momente geschenkt haben. Du bist in Kärnten aufgewachsen? Ja, wie man mein Leiland nimmt. Wie man hört es schon. Genau, ich stamme aus Villach, aus Kärnten. Meine Nona, meine Großmutter, war Mitglied der italienischen Minderheit in Südtirol. Mein Großvater, war der siebte von meinen Bauernkindern, ist deutsch- und slowenischsprachig aufgewachsen. Also ein echter Kärntner. Also ein richtiger Kärntner, weil da hat jeder in seiner Familiengeschichte einfach ein Best-of der Altmarier-Region. Okay. Das heißt, die Liebe deines Vaters und dass er alles für dich getan hat und alle deine Wünsche erfüllt hat und hier mitgezogen hat, das ist das, wo du sagst, das hat dich so richtig geprägt und wo du auch bemerkt hast, dass das dein Leben verändert. Naja, ich glaube, mein Vater hat vor allem sehr viel Geduld mit mir aufgebracht, weil ich habe das gemerkt, dass ich als Kind dann auch immer wieder auch jähzornig war, mich geärgert habe, wo meine Mutter es manchmal verglichen hat, dass ich mich da sehr an meinen Opa orientiere. Und mein Vater hat es eigentlich verstanden, dass mich gut anzunehmen, wie ich bin, mir aber auch den Raum zu geben und mir das zurückzuspiegeln, dass es auch einen Moment gibt, über den Ärger hinaus. Und das hat mir dann über die Jahre eigentlich geholfen, darüber zu reflektieren, wie ich selber für mich mit diesen Emotionen auch umgehe. Aber das hat viele Jahre gedauert, bis ich das eigentlich verstanden habe, welche Qualität diese Art von Liebe auch war. Wie ist dann der Weg zum Nationalratsabgeordneten? Du hast ja Jus studiert, wenn ich mich da richtig informiert habe. Wie ging es dann weiter? Es war im Endeffekt so, also mit 16 hat mich ein Freund angesprochen, ob ich einmal mithelfen will, Glühwein auszuschenken am Villaha Hauptplatz für Bedürftige, Villaha Familien. Bin dann draufgekommen, das war die junge ÖVP, habe mich da mit den Werten der ÖVP auseinandergesetzt, konnte mich dann damit identifizieren, weil Eigenverantwortung, Freiheit, Leistung waren für mich wichtige Werte. Habe dann mein Studium der Rechtswissenschaften in Graz absolviert und war parallel dazu auch schon in der jungen ÖVP in Kärnten engagiert. Habe dort angefangen als Mitglied, als Kassierstallvertreter, war später auch Landeshauptmann der jungen ÖVP in Kärnten und bin dann nach dem Studium dann in die USA gewechselt. Habe dort die Möglichkeit gehabt, einen intensiven Englischkurs auf der Universität in Pittsburgh durchzuführen und habe dann dort viele tolle internationale Erfahrungen machen dürfen. Wie ist es dir gelungen, diese Erfahrungen aus deinem Elternhaus hier mitzunehmen und umzusetzen in der ÖVP und jetzt in deiner Arbeit? Wie funktioniert das ganz konkret? Also konkret ist es so, dass ich für mich gelernt habe, nicht zu schnell zu bewerten und schon gar nicht zu beurteilen. Weil es bringt jeder seine Familiengeschichte mit, auch seine persönliche Story, wie er zu dem wurde, was er ist. und das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass man da in einem Gespräch, aber auch in einem politischen Thema möglichst einen gesamtheitlichen Blick entwickelt, um dann bestmögliche Entscheidungen treffen zu können. Und wenn du das bemerkst in deinem Leben, ist das etwas, wo du sagst, das macht jetzt Sinn für mich, einmal zu beobachten, zu schauen, miteinander in Diskurs zu kommen, würdest du das als etwas Sinnvolles für dich bezeichnen oder sagst, das ist genauso, wie ich es haben will? Also für mich macht Sinn die Begegnung und die Chance, dass ich eigentlich in jedem Gespräch für mich etwas Neues entdecken kann. Weil ich erfahre entweder in einer Sache etwas Neues oder über den Menschen, der mir gegenüber sitzt oder auch über mich selbst. Und ich bin ja leidenschaftlicher Zugfahrer, das heißt, ich fahre die meiste Zeit mit dem Zug von Villach nach Wien, da hat man noch vier Stunden, 20 Zeit und da gibt es auch viel Zeit. Nicht mehr lange, es wird bald schneller. Nicht mehr lange, das ist die Kolmbahn, das ist ein Herzensthema, auf das werden wir dann heute sicher auch noch zu sprechen kommen. Und da genieße ich es eigentlich mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen, weil jede Begegnung ist ein Geschenk. Wenn die Menschen dann mit dir im Gespräch sind, was empfindest du da? Was geht da in dir vor? Was passiert in dir? Es sind ja ganz unterschiedliche Menschen, die du da triffst in der Bahn. Wie fühlt sich das an für dich? Das ist ja eine gute Frage, also ganz unterschiedlich. Man merkt ja oft, wenn ein Gesprächspartner gestresst ist, dann suche ich auch nicht das Gespräch. Das heißt, es braucht da immer die Bereitschaft, dass man Signale bekommt, dass man ins Gespräch kommen möchte. und dann geht es mir oft einfach darum zu erfahren, wie es dem Menschen gegenüber geht, um dann zu verstehen, wie man auf Haltungen oder auf Meinungen kommt. Und ich habe für mich gelernt, dass diese Königsdisziplin, nämlich das Gespräch zu führen und eine Beziehung aufzubauen, gerade in Zeiten wie diesen, umso sehr wichtig ist, weil trotz Social Media und allen Möglichkeiten, die wir technisch haben, das Menschsein ist dieser Austausch. Absolut. Und wie ich es engungsamt habe, seine Talente nur alleine für sich zu entfalten, ist auch ein Weg, aber wäre schade in einer demokratischen Gesellschaft, wenn man das nicht mit dem Bild abgleicht, was auch eine Gesellschaft auch benötigt. Das heißt, du würdest sagen, du hast Neugierde am anderen Menschen, an der anderen Person und auch Neugierde daran entwickelt, wie Menschen zu ihren Meinungen kommen. Denn die Menschen könnten ja das meinen, deine Auffassung haben, die nicht deiner entspricht. Ja, definitiv. Also ich unterscheide auch nicht mit Menschen, die jetzt da die gleiche Meinung wie ich vertreten oder Menschen, die eine andere Meinung haben. Ich finde, wir sitzen alle in einem Boot und wenn wir aufeinander zugehen, entwickeln wir ein Verständnis. Und ja, da treibt mir eine Neugierde, wie Menschen ticken und warum sie tun, was sie tun. Also ich finde das total spannend, wie du das sagst, weil ich glaube, dass uns das in der Gesellschaft wirklich gut tun würde, wenn unterschiedliche Meinungen vorhanden sind, weil es ja gut ist, wir brauchen ja eine Vielfalt an Meinungen, jedoch, dass wir nicht aufeinander losgehen, sondern vielmehr verstehen, wie kommst du zu deiner Meinung. Ich bin zwar nicht einverstanden, aber wie kommst du zu deiner Meinung und wie kommst du zu deiner Meinung und dann sozusagen, wie Menschen zu ihren Meinungen kommen, daraus einen Diskurs zu entwickeln. ist das etwas, wo du dem zustimmen würdest, dass das Sinn machen würde? Definitiv. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir mehr über Respekt und über Wertschätzung von und miteinander reden. Es ist diese Floskel so schnell gesagt und oft kommt sie so blutleer rüber. Aber es sind diese kleinen Signale und die Details, die es eben ausmachen und ich glaube, wir brauchen das gerade in unserer demokratischen Gesellschaft, dass grundsätzlich vom Herzen her an eine Neigung hat, dass man auf den anderen zugehen möchte. Das bedeutet nicht, dass man die Meinung von dem anderen teilt, aber dass man in seiner Würde und in der Unantastbarkeit des Menschseins akzeptiert und respektiert. Und das sind für mich eigentlich die Grundpfeiler, die es braucht, dass wir miteinander friedlich gut leben können. In deiner Funktion als Abgeordneter zum Nationalrat, wie kannst du das umsetzen? Da habe ich eine schöne Definition für mich, was Zukunft bedeutet. Ich habe vor kurzem von Florence Gaupp, das ist eine Szenario- und Zukunftsforscherin, ein tolles Buch gelesen, das heißt Zukunft und sie bietet da die Definition an, dass die Zukunft ein Möglichkeitsraum ist. Deswegen müssen Verschwörungstheorien nicht zwingend dazu führen, dass wir quasi in die Apokalypse geraten, sondern wir sind selbst Akteure und wir bestimmen selbst, wie wir zusammen leben wollen. Und das können wir machen mit Gesetzen, mit den Rahmenbedingungen, die wir legen und da ist es mir wichtig, dass wir einfach das Prinzip Leistung und Freiheit in den Vordergrund stellen. Das machen wir mit vielen Maßnahmen, wenn ich an Steuerreformen denke. Die besondere Challenge dabei ist nur, dass die grundsätzliche Erzählung der Freiheit und der Leistung dabei nicht verloren geht und aufgrund der Fülle der verschiedenen Aufgabenstellungen nicht mehr haben. Sei es vom Klimawandel, über den Krieg oder die neue Weltordnung, die noch nicht da ist, aber immer entstehen ist, herrscht meiner Meinung nach viel Druck in der Gesellschaft. Und wie schaffen wir es, gut diesen Druck herauszunehmen und immer wieder gemeinsam Kompromisse zu finden und den Kompromiss als etwas Positives, als einen Mehrwert, auch gesellschaftlich mit Akzeptanz zu versehen, damit wir einfach friedlich und im Wohlstand weiterkommen. Jetzt könnten wir als Zuschauer des Parlaments, der Debatten manchmal zur Meinung kommen, da geht es relativ wild zu. Wie lässt sich das vereinen, mit deinem Ansatz hier neugierig aufeinander zuzugehen? Das ist eine besondere Herausforderung, weil wir ja als Abgeordnete, als Politiker auch verschiedene Rollen wahrnehmen. Und für mich ist es ganz wichtig, und das machen viele Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen hier im Haus, dass wir ein Verständnis fördern, dass dieses Parlament das Parlament der Menschen in und aus Österreich ist. Das heißt, das ist ihr hohes Haus. Und deswegen ist es mir zum Beispiel auch wichtig, dass wenn es Führungen im Hausring gibt, da kommen viele Busgruppen immer wieder auch aus Kärnten, aus meiner Heimat nach Wien, um ihnen einerseits das Haus zu zeigen, weil man kennt ja das Parlament oftmals nur aus den Medien mit gewissen Ausschnitten und dort meistens auch nur bei besonders heftigen Wortmeldungen von einem oder anderen Politiker. Ja genau, wenn es impulsiv wird, aber da gehört ja viel mehr dazu. Das heißt, bevor ein Gesetzesantrag in den Plenarsaal kommt, was dann im Fernsehen übertragen wird, wird ja wochen und monatelang verhandelt. Und da finden Sitzungen statt, wo Politiker à la Couleurs zusammenkommen und gemeinsam das beratschlagen. Denn in einem großen Ausmaß finden diese Debatten dort gesittet, sachlich orientiert statt und man ist kein Schell, wenn man daran denkt, dass wenn die Kameras an sind, teilweise sich Politiker und Politikerinnen anders verhalten, weil vom Gesetz her ist es vorgegeben, dass wir die Argumente aus den Ausschüssen auch im Fernsehen, in der Öffentlichkeit, im Nationalrat auch vortragen, damit sich die Zuschauer selbst ein Bild machen können. Warum entscheidet man sich dazu jetzt an eine kalte Progression abzuschaffen oder ein Hilfspaket für eine Notlage befindlichen anderen Staat eben zu verabschieden? Und dann entsteht natürlich ein Bild von den Zusehern, die dann oft sagen, warum streitet sie so oder warum geht sie so miteinander um? Und da glaube ich, da kann jeder von seiner Haustüre kehren, weil ich sage, man muss nicht gleich eine Meinung sein, aber es ist ein Unterschied zwischen dem, was ich kritisiere und der Person, die ich anspreche. Absolut. Und da müssen wir einfach alle miteinander mehr darauf achten, dass man da nicht einfach einem Politiker einer anderen Partei böse Absichten unterstellt und in Motive umhängt, die jetzt eine Verschwörung werden gegen die Bevölkerung. Nein, das ist oftmals einfach eine andere politische Meinung und diesen Diskurs müssen wir auf allen Ebenen von der Schule, im Büro bis ins Parlament jeden Tag miteinander vom Neuen Lernen und das Arbeit. Ich finde es ganz wichtig, dass du gesagt hast, wir müssen unterscheiden zwischen dem Menschen, der in seiner Würde unantastbar ist, und zwischen dem Verhalten, das ein Mensch gerade zeigt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Mensch ist immer der Mensch und er zeigt in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliches Verhalten. Mit dem kann ich einverstanden sein oder auch nicht. Und das ist sauber auseinander zu halten. Ich sehe es da mit Enzyklika Baze Minteris von Johannes dem 23. Der den Unterschied herausarbeitet zwischen Irrtum und den Irrenden. Also der Mensch als solches und sein Verhalten und wir sind hier in einer oft mediengetriebenen nachhechelnden Position oder bilden uns ein, dass wir das immer sein müssen und daher verkürzte Botschaften möglichst emotional das ist oft ein Weg, der gewählt wird. Deswegen finde ich dein Format auch so angenehm, dass man hier Zeit hat, dass man miteinander ein kultiviertes Gespräch führen kann. Dankeschön. Jetzt hast du gesagt, im Parlament, in den Plenarsitzungen wird sozusagen nachgestellt, wie es zum Ergebnis kam. Kann man das so sagen? Oder nachdemonstriert, welche unterschiedlichen Meinungen es gab in den Detailverhandlungen, um für das Volk, für das Publikum, für die Menschen es nachvollziehbar zu machen, wie kam es zu Gesetzesentscheidungen? Kann man das so zusammenfassen? Ja, man kann es genauso zusammenfassen und ich halte es für dringend notwendig, dass das getan wird, weil wir haben ja heute eine Zeit, wo es so viele Blasenbildungen gibt, wie ich es nennen möchte. Das heißt, dass Informationsquellen oft nicht direkt über Bilder oder Informationen des Hohen Hauses stattfinden, sondern über Telegram oder andere Gruppen und ich erlebe immer wieder, dass Personen, die grundsätzlich politisch interessiert, aber kritisch sind, dass sie ihre Meinungen ändern, wenn sie sehen, aha, okay, die Politik findet ja nicht nur hinter verschlossenen Tünen statt, nein, die Politikerinnen und Politiker argumentieren ihre Standpunkte und vertreten ihre Positionen und ich habe es schon oft dann erlebt, wenn wir dann Nachbesprechungen zu diesen jeweiligen Sitzungen auch haben oder das, was sich die Leute anschauen, dass dann neue Blickwinkel dabei entstehen und das sollte für spannend und für wichtig und da sollte man uns einfach auch überlegen, wie wir mehr Begegnungsformate schaffen, wo man diese Art von Austausch miteinander gut finden kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt wurden Gesetze beschlossen, man kann auch manche behaupten, es werden sehr viele Verbote beschlossen im Parlament, in Gesetzesform und viel weniger Freiräume den Menschen gegeben, viel weniger Verantwortung, also Verantwortung genommen, denn wenn ich Dinge verbiete, dann nehme ich Verantwortung weg von den Menschen. Täuscht mich das oder wie siehst du das? Ich glaube, dass in einem großen Ausmaß wir in Österreich falsch abgebogen sind, was das Anspruchsdenken betrifft. Für mich ist eine der Hauptfragen als Politiker, wie schaffen wir es, eine gewisse Neugierde und einen Mut auf Zukunftsgestaltung in der Gesellschaft zu verankern, dass das morgen besser wird als das gestern war. Und in der Beziehung möchte ich jetzt nur das angloamerikanische Denken hernehmen und die löse es jetzt von der Frage Trump und Biden, ich nehme es eher als kulturelle grundsätzliche Position her. Mir gefällt unheimlich gut der Austritt, the best is yet to come. Und ich finde diese Einstellung ist sowas Schönes, dass wir immer danach den Anspruch haben, nämlich nicht, dass wir ohne Leistung und ohne persönliche Anstrengung quasi im Garten Eden sind und uns alles mit Silbertabillett gereicht wird, sondern dass der Weg dorthin, eine Leistung, ein Ziel zu erreichen, so viel an Selbstwertgefühl, an Freude vermittelt und ein Vorbild sein kann für andere Menschen, um es mit seinen Talenten nachzumachen, dass wir schauen sollten, dass wir wieder auf diese Ebene kommen. Und vielleicht, weil du gesagt hast, wie kommt man quasi auf dieses Lebensgefühl, dass man in vielen Bereichen übersättigt ist? Ich glaube, es geht uns in vielen Bereichen sehr, sehr gut, aber wenn es immer wieder Stimmen gibt, denen erklären, es könnte uns noch viel besser gehen, wenn man nur dem anderen mehr wegnimmt, um es dem einen zu geben, dann gibt es natürlich auch einen Teil in der Bevölkerung, die gerne sich dieses Schlafenland herbeivünschen. Das muss man auch offen so sagen. Wie könnte man das jetzt hinbekommen? Also wir haben einerseits die Beobachtung, dass wir sagen, okay, die Menschen wollen immer weniger arbeiten, wollen weniger tun, der Staat hat viel erledigt während Corona, war das gut oder nicht, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Auf jeden Fall hat sich eine Gemütlichkeit oder Bequemlichkeit vielleicht eingeschlichen in der Bevölkerung. Und andererseits gibt es den Anspruch an die Leistungskultur, wo du auch und andere sagen, es ist notwendig, wieder mehr zu tun, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen und ausbauen wollen. Wie wird das gelingen aus deiner Sicht, aus Sicht der Politik? Was kann da konkret gemacht werden? Wie können wir wieder richtig abbiegen, um dorthin zu kommen, wieder Sinn zu vermitteln? Es gibt ja den Spruch, wer Leistung möchte, wer Leistung fordert, muss Sinn geben. Wie kriegen wir das hin in die Bevölkerung? Fangen wir mit der Klimafrage an. Okay. Ich glaube, wir haben hier einen Common Sense, dass das Klima nur zu retten ist, wenn wir auf der Welt zusammenarbeiten. Wenn ich jetzt dann für mich ausgehe davon, dass Zusammenarbeit in der Welt notwendig ist, um so eine große Herausforderung zu meistern, dann ist es auch notwendig, dass ich mir die Welt anschaue, wie sie ist. Und damit per se nicht, wie ich es mir wünsche, wie sie ist, sondern wie sie ist. Und ich nehme jetzt nur her, wir haben 3 Prozent der Erdmasse ist Europa, 6 Prozent der Weltbevölkerung ist Europa und 15 bis 16 Prozent der Wirtschaftsleistung weltweit werden in Europa arbeitet. 50 Prozent aller Sozialausgaben der gesamten Welt werden ausgeschüttet auf 6 Prozent der Weltbevölkerung. Das heißt, wir sind unangefochtene Spitze, was die sozialen Standards betrifft. Nur diese hohen sozialen Standards haben einen Preis und der Preis ist, dass wir eine starke Wirtschaftsleistung haben, dass wir innovativ sind, dass wir neue Ideen entwickeln. Und wenn es uns gelingt, hier auch einen Common Sense darüber herzustellen, auf diesen Blick, wie die Welt auch funktioniert, dann glaube ich, haben wir ein großes Bild, wo es uns leichter fällt, ein Verständnis zu entwickeln, warum es wichtig ist, dass wir innovativ und neugierig bleiben und immer wieder nach neuen Lösungen streben, um Themen vor Ort zu lösen. Und ich nenne ein Beispiel und da greife ich gleich noch den Sternen. Wer hätte denn jemals gedacht, dass wenn die Vereinigten Staaten von Amerika und die NASA ein neues Weltraumprogramm launchen, dass eine österreichische Firma den Zuschlag bekommt, um für das neue Mondfahrzeug die gesamte Antriebstechnologie zu entwickeln. Das ist AVL aus Graz. Das heißt, für uns ist quasi jetzt jeder Bahnhof in Österreich ein Weltraumbahnhof, der nach Graz führt, weil man dort mitbauen kann, an einem Thema, das die Menschen deswegen betrifft, weil durch Wissenschaft und durch Forschung im Weltraum bessere Medizin und damit bessere Lebenserwartungschancen und höhere Möglichkeiten für ein längeres gesundes Leben für die Österreicherinnen und Österreicher quasi als Nebenprodukt, Nebenweltraumforschung geschaffen werden kann. Und ich glaube, unsere Aufgabe auch als Politiker und Politikerinnen besteht darin, dass wir solche Ideen mehrheitsfähig machen. Ich glaube einfach, es wäre wichtig, diese großartigen Leistungen, die es ja zweifellos gibt in Österreich und diese Innovativen, mit denen ich habe selbst einmal in einem Startup-Unternehmer gearbeitet, das einfach enorm und weltweit führend ist in Drive-by-Wire und Fly-by-Wire Technologien. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, diesen Gedanken, den du gerade formuliert hast, in die Köpfe der gesamten Bevölkerung hineinzubringen, weil ich einfach glaube, es ist meine persönliche Wahrnehmung, dass das viel zu wenige Menschen in Wirklichkeit interessiert und die Mehrheit der Bevölkerung sich eigentlich um ganz andere Dinge kümmert, nämlich, wie bin ich auf Facebook, wie komme ich dort an, wie bin ich in Social Media präsent, wie kriege ich vielleicht auch meine Nahrung und meine Unterkunft für morgen, wie kann ich meinen Lebensunterhalt finanzieren. Ich glaube, wie schafft man denn das, diese Innovation und diese Leistung auch auf einer Ebene zu kommunizieren, die für die gesamte Bandbreite der Menschen in Österreich so interessant ist, dass alle sagen, wow, das ist eine coole Sache, was wir hier können. Also ich glaube, die Frage wird sein, wie wollen wir zusammenleben? Und damit müssen wir uns beschäftigen und das fängt in der Gemeinde an, das fängt vor der eigenen Haustüre an. Ich war jetzt gerade vor kurzem bei der Eröffnung von einer neuen Mikroelektronikfirma bei mir in Villach in Fünnitz, wir haben uns in Fünnitz ja auch kennengelernt und das war ganz spannend, wie dann dort über diesen Nachmittag eigentlich ein Bild entstanden ist, dort war die Trachtenmusik, die hat ihre Musik gespielt, dann waren dort die Eigentümer aus Singapur, das ist der Finanzstaatsfonds von Singapur, den diese Firma gehört und das Management, das war früher in Kärntner Villach-Startup, ist gleich geblieben, das sind 200 Mitarbeiter, die dort arbeiten und dann ist dort das Bild entstanden, naja, die nächste Ausstattung für die Trachtenkapelle entsteht durch die Wertschöpfung, die durch diese Mikroelektronikfirma bei uns vor Ort entsteht. Das heißt, Kultur und Brauchtum und deren Förderung, dass man in Ehrenamtlichkeit weiter tun kann, besteht darin, dass man internationale Produkte verkauft. Und so ist es unsere Aufgabe, immer wieder diese Verwobenheit und diesen Zusammenhang herzustellen. Und umgekehrt ist diese Firma so happy, so gute Mitarbeiterinnen zu haben, weil sie besonders loyal und gut ausgebildet und höchste Ingenieurskünste entfalten. Und ich glaube, wir sollten auch mehr darüber sprechen und den Mut haben, über solche Visionen zu reden, als immer das Gefühl zu haben, naja, ich weiß, die Leute haben einmal Sorge und Angst und jetzt muss ich ihnen die Sorge und Angst nehmen und das tue ich, indem ich die Sorgen und Ängste anspreche. Und oftmals vergessen dann viele darauf, dass man den nächsten Schritt setzt, nämlich die positive Perspektive anzuschließen. Und das ist unsere Aufgabe. Dazu habe ich auch im Parlament eine Initiative gestartet vor vier Jahren. Wir haben eine eigene Arbeitsgemeinschaft gegründet mit steirischen und kärnten Abgeordneten, die sich mit dem südösterreichischen Raum und dem neuen Zusammenwachsen durch die Chorienbahn beschäftigt, weil wir jetzt 1,1 Millionen Menschen haben, die in 70 Minuten Entfernung miteinander leben und neue Möglichkeiten haben und ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Da gibt es, nehmen wir sie die Clarissa, die wohnt in Börtschach und die ist leidenschaftliches Mitglied der Landjugend. Gleichzeitig schlägt aber in ihrer Brust ein zweites Herz, sie will ausgezeichnete Biologin werden. Und sie kann jetzt mit der Chorienbahn leicht von Börtschach nach Graz pendeln, um dort ihr Studium zu absolvieren und wird niemals eine Probe von der Landjugend in Börtschach versäumen, weil sie mit den 15 Minuten Fahrzeit leicht wieder zu Hause sein kann. Das heißt, hier geht es da um, die Alltagssituation von einem konkreten Menschen zu verbessern und damit mehr Lebenschancen zu bieten. Ich glaube, unsere Aufgabe soll es sein, mehr konkret über diese Lebenschancen zu sprechen, wie leistbarer Wohnraum dadurch möglich ist, wie dadurch möglich ist, den Vorteil des Lebens quasi am Land zu haben, trotzdem die Vorteile des urbanen Raumes mit Bildungsangeboten genießen zu können und das alles in einer Lebensqualität, die halt einfach nur in Österreich und in Kern zum Vorfinden ist. Das führt uns ja zurück an den Beginn des Gesprächs, wo du ja die Frage gestellt hast, wie wären das, wenn alle Menschen schon aufeinander zugehen würden, neugierig wären, interessiert wären und eine Vision erfüllen würden. Und vielleicht ist das der sprengende Punkt, der vielleicht mir in der Politik abgeht, einfach mehr darüber zu sprechen, was ist denn dann, wenn wir das erreicht haben, was wird denn sein? Wenig über die Ängste und Sorgen und Nöte, die müssen natürlich adressiert werden, das ist gar keine Frage, jedoch mehr darüber zu sprechen, was ist denn dann, wenn die aufgelöst sind, wenn die gegangen sind, wie wird denn unser Leben sein, wie lässt sich das gestalten, wie werden unsere Kinder aufwachsen, wie werden wir leben in der Zukunft? Vielleicht hier mehr in dieses visionäre Denken zu kommen und hier eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Begehrlichkeit, einen gewissen Antrieb, einen Zug dahin zu schaffen, oder? Das möchte ich haben, das möchte ich haben, das ist doch cool, lass uns das angehen, oder? Also, ich möchte doch gleich zwei Dinge verknüpfen, also etwas, was die wenigsten Österreicherinnen und Österreicher wissen, ist, dass wir im Parlament einen eigenen Innovationsbericht zweimal jährlich bekommen, über alle technologischen Entwicklungen, die es in der Welt gibt, die sind geclustert und da werden von der Akademie der Wissenschaften Vorschläge gemacht, welche Themen, welche Auswirkungen auf Österreich haben. Ich lese leidenschaftlich gerne dieses Papier, weil du hast dann immer wieder Einblicke vom 3D-Print über Möglichkeiten der KI bis hin zu neuen Baustoffen, wie es gibt und das ist eigentlich eine gute Grundlage, wie wir auch Österreich neu denken können und ich verstehe das eigentlich immer als Einladung, dass das ein Nährboden dafür ist, aus dem wir unsere Visionen bauen und wir lassen uns zu sehr Visionen, die keine Visionen für uns sind, von außen auf uns überstülpen und haben dann eine gewisse Sorge, weil wir oftmals uns entmutigt fühlen, wie wir damit umgehen sollen und wünschen uns dann sowas wie einen Glassturz und für viele ist es dann so der Ausweichpunkt, dass man sagt, okay, nein, ich will mich mit dem gar nicht beschäftigen, mit diesen Dystopien, wenn ich nur wegschaue und wenn wir nicht drüber reden, dann wird der Komet quasi an uns vorbeigehen. Das geht aber nicht, weil die Konsequenzen tragen wir immer. Deswegen ist für uns jetzt die Aufgabe, dass wir diese Veränderung umarmen und neue Möglichkeiten daraus kreieren und ich denke mir dort gerade, weil ich aus dem Süden von Österreich komme, wir liegen am Scheitelpunkt von drei Weltkulturen, den germanischen, romanischen und den slawischen Kulturkreis, der hier zusammenkommt, am Dreiländereck. Was hält uns davon ab, die größte Friedensregion der Welt zu werden? Nur wir selber in unserem Denken. Und jetzt kommt die gute Nachricht, wenn man den Kippschalter umlegt, dann können wir in die Formate denken. Was wäre, wenn wir die größte Friedensregion der Welt wären? Wie würde sich das anspüren für die Menschen? Es würde sich so anspüren, dass die Menschen miteinander liebevoll umgehen, am Blick aufeinander werfen, nicht in Angst und Sorge, nimmt mir der jetzt was weg, sondern wo die Kinder friedlich miteinander spielen können, wo man Brachen spricht, wo man die Italienisch, Slowenisch, Englisch aus einem Selbstverständnis heraus als Chance umarmt und wo Menschen einfach komplett neue Ideen haben, wo sie aus der Freiheit heraus neue Talente entdecken und denen einfach einen freien Lauf geben. Ich glaube, dass die offene Gesellschaft eine große Antwort darauf gibt, aber das, was ich oft vermisse ist und was dann bei vielen Feedbackgesprächen aus der Bevölkerung kommt, ist, dass wir oft zu wenig klar sind bei der Abgrenzung, wie wir mit Feinden von solchen offenen Gesellschaften umgehen. Und da haben wir als Politik viel mehr Verantwortung, dass wir mit klaren Spielregeln dafür sorgen, dass Dinge, die die Demokratie untergraben und die offene Gesellschaft, dass wir gegen die entschlossen vorgehen. Auf jeden Fall, ja. Beginnen müsstest du eigentlich im Kindergarten, dieses visionäre Denken, in der Schule, in den Ausbildern, in den Jobs, in den Betrieben, in den Familien. Schau, ich finde, Österreich ist ein großartiges Land und wenn man es in Österreich schafft, ich möchte das ummünzen von Frank Sinatra. If you make it there, you make it anywhere, weil wir auch gerne dazu neigen, einmal auch vielen neuen Ideen gegenüber, einmal mit deiner Sommer einmal vielleicht K&K reserviert gegenüber zu halten. Schauen wir mal bei diesen Dingen. Deswegen bin ich ein großer Fürsprecher von der Idee, dass in den Kindergärten und in den Schulen wirklich die allerbesten Persönlichkeiten, die die Republik aufbringen kann, auch Hand mit anlegen an der Ausbildung von jungen Menschen. Das darf keine Aufbewahrungsstätte sein, sondern das muss eine visuelle Denkwerkstatt sein. Nein, das muss eine Leonados-Denkerwerkstatt sein, wo die Kinder von klein auf mit verschiedensten Fragen konfrontiert werden. Also ich war mal ganz begeistert, durfte ja auch einmal ein Dreiviertel des Jahres in den USA leben, haben wir dort vieles angeschaut. Und das war für mich immens spannend zu sehen, wenn junge Studierende mit 20, 21 Satellitenbildern auswerten, wie Regenfälle sich auf der Welt entwickeln. Oder wie in Kindergärten Kinder in Challenges über ganz Amerika miteinander antreten, wie man Roboter gesteuert, kleine Marsgeräte, also Mars-Roboter steuert. Und die haben das in Kindergärten einfach vermittelt, weil man dort einmal sagt, das sky is the limit. Wir neigen dazu, tun wir kleine, bescheidene Brote packen, tun wir nicht zu sehr auffallen. Und das bringt mich natürlich als Politiker, sage ich Thomas auch ganz offen, immer wieder in einen gewissen Konflikt, weil du hast ja auch die Aufgabe, Menschen auch anzunehmen, wie sie sind. Also wir sind keine, ich bin kein Oberlehrer. Also du hast früher angesprochen, Verbotsthemen, heute fährt den falschen Weg. Also Menschen zu verbitten, wir sind keine Oberlehrer. Aber wie schaffen wir es miteinander, lustvolle Sehnsüchte von einer schönen Zukunft zu gestalten, wo wir dann selber aktive Akteure sind. Und ich versuche das in meiner Region, in der wir dort seit einem Jahr komplett neue Wege gehen. Wir arbeiten dort in Workshops mit den Bürgermeistern und mit den Gemeinderäten zusammen, wo wir als Abgeordnete vom Landtag und vom Nationalrat nicht auftreten und dann den Leuten erklären, was haben wir jetzt alles Gutes für euch getan und bitte spendet jetzt viel Applaus, sondern wo wir eher einen Hut aufsetzen von einem Begleiter bei Projekten, wie zum Beispiel, es geht jetzt um Ausbau öffentlichen Verkehr, wie können wir mit bestehenden Förderkulissen oder mit innovativen Ansätzen vor Ort diese Lösungen gemeinsam aufarbeiten. Das heißt, so schaffen wir auf einmal mehr Wert und wir werden eigentlich zu Teams, ich möchte sagen, Agenten des Wandels, die vor Ort ihre Netzwerke und Know-hows zusammenlegen, um dementsprechend Lösungen in Form eines Mehrwertes für die Bevölkerung zu schaffen. Und da sehe ich viel mehr Aufgabe in Zukunft auch von Seiten der Politik. Es entspricht dem, was du vorhin gesagt hast, einfach neugierig zu sein, wie denken die anderen Menschen, was liegt dir noch dort am Herzen, um was geht es denen und einfach als Politiker und als Politik in Summe dann auch die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, damit das Realität werden kann, oder? Ich sage mir, für viele Menschen ist es nach wie vor ein Lebensziel, eine Familie zu gründen, einen guten Job zu haben, wo ich einen sinnvollen Beitrag leiste für die Entwicklung der Gesellschaft, Freunde zu haben und in einem Umfeld zu leben, das mich glücklich macht. Und ich glaube, dass wir da in Österreich mit diesem Lebensstandard und das, was uns der Herrgott und die Natur geschenkt haben, in einer Frontrunner-Position sind. Und vielleicht gibt uns jetzt gerade diese Veränderung, die jetzt momentan noch an Unsicherheit empfunden wird, aber auch die Möglichkeit, dass wir den Blick wieder schärfen können, gemeinsam mit der Bevölkerung, was ist besonders schützenswert an diesen guten Möglichkeiten, die wir haben. Und ich bin da ein grenzenloser Optimist, dass ich mir sicher bin und davon überzeugt bin, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich diese positiven Perspektiven wünscht. Weil, was habe ich denn dann davon, wenn ich sage, ich habe es ja immer schon gesagt, wir werden jetzt überrannt von Migrationsströmen aus der ganzen Welt. Schau du mal, ich bin selber Familienvater, viele Freunde von mir haben Kinder, ich wünsche meinen Kindern, dass die zumindest die Lebenschancen bekommen, die ich erhalten habe und dass sie ihnen in einer guten, sinnvollen Welt aufwachsen und die gute Nachricht ist, wir können alle rapid jetzt einen Beitrag leisten. Absolut, das sehe ich genauso, indem wir immer mehr die Frage stellen, was macht das für einen Sinn, was verändern wir in der Welt, was tun wir anderen Menschen Gutes, was verändern wir in deren Leben. Das sind zum Beispiel Dinge, die ich immer frage in meinen Consultings, in Unternehmen, wenn man sage, was verändert sich im Leben eurer Kunden, was ist dann anders, nicht was liefert sie dorthin, das auch ja, aber was verändern eure Produkte dort, was verändern eure Gedanken dort. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, da eine Stufe oder vielleicht auch zwei, weiter zu denken, wie sich die Welt entwickeln wird, aufgrund deiner und meiner und unserer Arbeit, unserer Leistung. Wenn ich dir so zuhöre, Thomas, haben wir eigentlich ein gemeinsames Ziel, dass wir mit den Fähigkeiten, die wir haben und den Möglichkeiten, Kraft unserer Rollen, einen Beitrag leisten, dass diese Gesellschaft sich positiv weiterentwickelt. Absolut, ja. Und der Haupthebel und der Hauptpunkt ist, glaube ich, gerade diese Kulturarbeit, weil wir stehen ja jetzt an einem Punkt, noch mehr Wohlstand, also in Österreich geht kaum mehr, ich weiß, ich bin mir das bewusst, dass Politiker, wir haben oft die Diskussionen, natürlich gibt es auch Themen von Menschen, mit denen es das Leben nicht gut gemeint hat, die verschuldet oder unverschuldet in Situationen gekommen sind und da muss man auch genau hinschauen. Nur ich glaube, man sollte immer wieder den Blick darauf wenden, dass wir die Möglichkeit haben, dass unser Glas halb voll ist und es ist viel mehr die Möglichkeit, wie wir miteinander umgehen, schon mindestens 50 Prozent der Lösung, wie wir Themen lösen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Bitte. Wir haben wie 2017 erstmals in einer Zahl gewählt wurde, relativ knapp danach einen Beschluss gefasst, dass eine Universität in Linz gegründet wird für künstliche Intelligenz. Und bisher... 2017. 2017. Ja, also das war sehr visionär damals, dass man diese Erkenntnis gelangt hat. Aber ich will eigentlich auch was anders aus sein. Was ist so oft der typische politische Reflex für Abgeordnete aus verschiedenen Bundesländern? Geballte Faust in der Hosentasche, warum kommt das nicht in meine Region? So, jetzt kann man dann mit dem Gefühl stehenbleiben oder man kann sich überlegen, was macht man anders? Wir haben uns damals entschieden, gehen wir einen anderen Weg. Gemeinsam mit einem freiheitlichen Abgeordneten haben wir damals ein überpartelliges Kärntner-Abgeordneten-Fühstück ins Leben gerufen, das ich jetzt mit einer grünen Kollegin weiter fortsetzen darf, wo wir uns regelmäßig zehn Kärntner von 183 zusammensetzen und darüber diskutieren, was uns miteinander verbindet und nicht, was uns trennt. Und wir kommen in den Gesprächen immer wieder drauf, dass es um viel mehr Themen geht, wie Infrastrukturfragen, die uns verbinden und die kein parteipolitisches Marschall tragen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen auch als Politik neue Formen der Begegnungen. Da können wir vielleicht aus deinem beruflichen Umfeld vieles lernen, wie wir uns einfach begegnen, dass bei den Menschen dann nicht nur das Bild übrig bleibt, auch das sind die Herren und Damen, die sich im Parlament bepflegeln, sondern auch das sind engagierte Menschen, die Lösungen erarbeiten und dann Beitrag leisten, dass es für uns alle besser werden kann. Unbedingt, ja. Ich glaube, das wäre genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Einfach dieses Miteinander zu finden, diese Beziehungen zu stärken, aufzubauen und zu stärken, das Gemeinsame zu suchen und aufzugreifen und da weiter zu arbeiten daran. Ich glaube, das Gemeinsame ist ein wichtiger Punkt. Wir dürfen da aber nicht naiv sein. In der Politik geht es immer auch um Macht. Mir geht oft ab in den Diskussionen, dass man diesen Begriff oftmals gar nicht in meinen Mund nennt. Man nimmt und man redet gern von Gestaltung und um das geht es ja ums Gestalten. Aber du musst die Macht dazu haben. Aber dazu muss ich ja Macht haben. Ohne Macht geht es nicht. Und jetzt bin ich wieder auf der Ebene des Individuums. Welche Bereitschaft hat der Einzelne, um an Macht zu kommen? Und natürlich haben wir eine Gesellschaft, die Gott sei Dank eine zivile ist, dass wir uns in Österreich zu Recht, und das müssen wir auch immer wieder weiter arbeiten, entschieden haben, dass wir das demokratisch machen. Das heißt, man greift nicht zu Gewalt, sondern man verwendet die Stärke des Wortes. Nur das Wort kann natürlich auch als Waffe geführt werden. Und wir müssen hier wirklich stärker darauf achten, wie wir miteinander umgehen und wie knapp gewisse Parteien sich hier am Rande von gerade noch nicht Aufruf zur Gewalt eben bewegen. Und das ist ein ganz schmaler Grad, auf dem wir tanzen. Also es ist wie der Tanz auf dem Vulkan, der muss uns auch immer bewusst sein. Das heißt, wenn wir positive Visionen entwickeln, dann reicht es nicht nur zu sagen, ich glaube ans Gute in dem anderen, sondern man muss auch den Unterschied in den Haltungen zwischen Parteien herausarbeiten, dass sich die Bevölkerung und jeder Einzelne bewusst ist, dass er und sie mit ihrer Stimme wirklich einen Unterschied macht, welche Persönlichkeit hier im Parlament für die jeweilige Region sich engagiert. Aber ich glaube, das wird uns zu einem wichtigen Thema, das wir noch gar nicht so angesprochen haben, nämlich die Emotionalität. Ich glaube einfach, dass, wenn wir gerade über Wahlen gesprochen haben, dass Menschen die Partei wählen, jener Partei ihre Stimme geben, wo sie das Gefühl haben, in der Wahlzelle, im Moment in der Wahlzelle, das sind die, die mich am besten bedienen. Und zwar rein emotional. Völlig losgewöhnliches vom politischen Inhalten. Und mein Gefühl ist, dass viel zu wenige Parteien diese Emotionalität ansprechen der Menschen, dass viel zu wenige Emotionen rüberkommen, dass viel zu viel sachlich argumentiert wird, was ja inhaltlich wichtig ist. Jedoch zuerst braucht es Emotionen, weil Beziehung ist Emotion. Beziehung sind nicht Zahlen, Fakten. Beziehung ist immer Emotion. Und diese Emotionalität, die sollte doch viel mehr in den Vordergrund kommen, aus meiner Sicht. Wie siehst du das? Mich da kurz nachdenken. Klar. Ich glaube, ohne Gefühle, ohne echte Emotion geht es nicht. Aber diese Emotion ist immer verführerisch, dass sie zur Manipulation einlädt. Ja, natürlich. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass ich daran arbeite, für mich, dass ich möglichst authentisch bin. Weil ich glaube, dass aus der Authentizität erwächst dann ein Gefühl, wo das Gegenüber sich dann einlassen kann oder sich auch davon überzeugen lässt, dass dahinter eine positive Absicht ist, der gemeinsamen Gestaltung von der Gesellschaft. Okay. Und ich glaube, wir sollten uns da stärker bewusst sein, dass wir, und ich bin ÖVP-Politiker, dass die Werte, für die wir einstellen, wie Eigenverantwortung, Hilfe zur Selbsthilfe und Leistung, dass die nicht nur im Mottenkosten der Ideologie stehen, sondern, dass wir die glaubwürdig auch selber leben müssen. Absolut, ja. Und diese Glaubwürdigkeit und die Authentizität, nämlich authentisch zu diesen Dingen zu stehen, ich glaube, es ist diese Mischung, die dann dazu führt, dass man anziehend wird. Und wir wollen ja als Politiker so anziehend sein, dass wie du das beschrieben hast, dass man in der Wahlurne ein gutes Gefühl hat, eine Stimme abzugeben. Und ich merke da schon aus einer Innenansicht, als ein Vertreter einer Regierungspartei, dass man natürlich stark dazu neigt, dass man viel Einblick bekommt, wie komplex oft Entscheidungen getroffen werden und zum Schluss dann ein Kompromiss dann da ist, der auf den ersten Blick wenig spaßige Gefühle hervorruft, weil man oftmals durch vermeintliche sachliche Notwendigkeiten dann auf einen Punkt kommt, der manchmal als trocken wahrgenommen wird. Deswegen glaube ich, ist es nochmal so wichtig, dass wir unser großes gemeinsames Ziel miteinander formulieren. Das heißt, the big picture. Und the big picture ist, wie wollen wir in Österreich im Jahr 2030, 2040 zusammenleben? Wie ist unser Verhältnis zu Europa? Wie ist unser Verhältnis zur Welt? und ich wünsche mir und ich versuche es in meiner Arbeit auch diesen Themen Platz und Raum zu geben und das immer wieder auch mit der Bevölkerung zu diskutieren. Ich glaube einfach, dass hier aus meiner Sicht das mehr mit Emotionalität aufgeladen werden könnte. Aus einem einfachen Grund, weil die Verführer dieser Welt und da meine ich jetzt die schlechten Verführer dieser Welt immer mit der Emotionalität der Menschen gearbeitet haben. Immer. Und in den seltensten Fällen bis nie wirklich sachlich fundierte Argumente dazu gebracht haben, sondern sie haben mit Emotionen den Menschen in den Tod geschickt zum Beispiel und die sind jubelnd in den Tod gezogen. Und die Verführer dieser Welt arbeiten immer mit Emotionalität und die, ich sage mal, die, die es gut meinen, sozusagen, die für die Menschen etwas Gutes wollen, arbeiten viel zu wenig mit Emotionalität. Das ist meine persönliche Sichtweise. Und darum würde ich mir wünschen, dass diese Visionärität und die Bilder und wie wollen wir zusammenarbeiten, wie ist Gemeinschaft, wie gehen wir um miteinander, dass wir hier noch mehr Emotionalität hineinbringen, dass die Menschen ein Gefühl dafür entwickeln können, wie ist denn das? Und es viel mehr spüren, heute schon. Ich glaube, dass uns das politisch sehr, sehr gut tun würde in unserem Lande, wenn wir mehr Emotionalität bringen würden. Denn so wie du deine Themen ja präsentierst, du bist ja emotional dabei. Das ist ja etwas, was dich bewegt, das ist ja ganz klar ersichtlich und bemerkbar und spürbar für mich. Wie geht das noch meine Bevölkerung, dass einfach diesen negativen Verführern, dass man hier sozusagen hier Kontra bieten kann, und sagen, wir bringen eine gute Emotionalität. Schau, ich sehe das ganz pragmatisch. Also, das fürchtet euch nicht. Das ist für mich ein klarer Aufruf. Machen wir uns nicht in die Hosen. Seien wir mutig und reden wir über das, was Sache ist. Wir wissen, dass wir in Europa Themen haben. Und ich merke es ja auch selber, nehmen wir den Ukraine-Krieg her. Ich merke das bei Leuten, die eine Bereitschaft haben, sich für eine bürgerliche Partei zu entscheiden, aber die auch ein Unwohlsein haben, weil sie sagen, okay, ich wünsche mir jetzt, dass es diesen Krieg nicht gibt. Klar. Und dann hast du oft das Thema, das Ausblenden von Themen. Das heißt, reden wir bitte nicht über das, tun wir dazu auch nichts und dann wird es für uns schon besser werden. Und ich glaube, wir stehen jetzt auf so einer auch gesellschaftlichen Zeitenwende, dass wir miteinander die Verantwortung haben, diesen Sprung zu schaffen. Wir müssen uns diesen Aufgaben jetzt stellen. Und ich glaube, dass das aber eine riesen Chance für uns ist. Auf jeden Fall. Weil wir haben auch die Frage nach der Identität. Weil wir haben bisher das Thema gehabt und ich nehme jetzt als Beispiel die deutsche Debatte, die ich auch sehr intensiv verfolge. Da war in der Vergangenheit immer das Bild da, okay, die Deutschen bekommen die billige Energie aus Russland. Sie kaufen ihre Güter in China ein und produzieren dann für den Weltmarkt und schicken das in die Welt hinaus. Und verteidigt wird das Ganze dann von den Amerikanern über ihren Sicherheitsschirm. Jetzt merkt man, alle vier Punkte werden schwer hinterfragt, wenn man auf einmal sieht, aha, okay, Russland, da haben wir ein Thema, mit China haben wir ein Thema, die Amerikaner sagen, bitte selber Europa für die Sicherheit zahlen. Also ich verstehe das, dass auf einmal Grundpfeiler oder nehmen wir es Narrative, auf deren Basis viele Menschen auch ihre Identität mit aufgebaut haben, dass die auf einmal sind erschüttert. Ja, die sind erschüttert, die schwanken. So, und jetzt gilt es für uns als klare Aufgabe, dass wir diese Erschütterung mit Orientierung versehen. So, jetzt kann ich zwei Zugänge dazu haben. Ich kann jetzt dann da eine Geschichte erzählen, wähle den starken Führer, den starken Mann und der löst dir alle Probleme. Oder ich habe dazu eine andere Geschichte und ich glaube, dass die andere Geschichte eine ist, der internationalen Kooperation, der Zusammenarbeit, wo es uns besser gelingen muss, das auch mit Bildern zu versehen. Da fällt mir hin, der pikante afrikanische Spruch, wenn du ein Kind erzählen willst, brauchst du ein ganzes Dorf. Also, wie schaut jetzt dieses Dorf Österreich aus, wo wir es schaffen, Menschen in Freiheit so auszustatten, dass sie ihre Talente ausleben können und ihre Fantasien ummünzen in der Gesellschaft. Und an dem müssen wir arbeiten und weniger Angst haben vor den technokratischen Fragestellungen und mehr über die großen Themen auch sprechen und die Bevölkerung dafür gewinnen. Wie der Spruch von Exoperie, wie er gesagt hat, wenn du ein Schiff bauen willst, dann lehre den Menschen nicht, wie man ein Schiff baut sozusagen, wie man die Bretter zusammennagelt, sondern weggehen ihnen die Sehnsucht nach der Ferne. Ja, absolut. Also, ich merke es ja zum Beispiel so, wie ich zum Beispiel jetzt für mich ChatGPT nutze. Ich gehe jetzt her und im Parlament reden oder Themen, die mir am Herzen liegen und stelle dann die Frage, ChatGPT, wie würde John F. Kennedy diese Rede halten? Okay, das ist die Frage. Du weißt einfach, neue Zugänge nutzen und das dann als gedankliche Stützen auch verwenden, wie man neue Erzählungen in Bildern vermitteln kann, um Emotionen auszulösen. um das jetzt. Also, mein Zugang dabei ist ganz stark in der Region mit erfolgreichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und den Gemeindevorständen an konkreten Projekten für die Bevölkerung zu arbeiten. Aber für uns ist es natürlich auch eine große Challenge, das österreichweit aufzuziehen. Was mir persönlich dabei hilft, ist der Österreich-Plan vom Bundeskanzler Karl Nehammer, der viele Ziele eben vorgibt. Aber die Ziele allein sind sie nicht, sondern es geht darum, wie wir das gemeinsam auch erzählen. Und daneben ist man von mehr Arbeit. Absolut, ja. Absolut. Sag lieber Peter, zum Schluss unseres Gesprächs, was ist dir noch einmal zusammengefasst, vielleicht den Herzensanliegen, für unser Publikum, das du noch gerne vermitteln möchtest. Ein Herzensanliegen ist mir bitte, und jetzt spreche ich direkt deine Zuseherinnen und Zuseher an, sich zu engagieren, sich einzubringen. Es gibt tolle Projekte wie Teach for Austria, wo Unternehmerinnen, Unternehmer und Menschen, die einfach in ihrem Bereich eine Expertise haben, aufgefordert sind, an die Schulen zu gehen und dort mitzuhelfen, mitzuhelfen, als die nächste Generation mit neuen Impulsen und neuen Inspirationen ausgestattet ist. Aber genauso eine Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen, sei es im Vorgemeinderat oder im Gemeinderat oder auch als Bürgermeisterin. Wir brauchen Leute, die positiv die Zukunft gestalten wollen und davon kann es nie genug geben und davon brauchen wir einfach in allen Parteien die Besten. Hervorragend. Ich finde das ein hervorragendes Schlusswort und alle, die sich da engagieren wollen, sollen einfach einen Kommentar zu diesem YouTube-Video schreiben und ich stelle dann den Kontakt zu dir, weil dir das reicht. Sehr, sehr gerne. Ja, so machen wir das. Lieber Peter, vielen Dank für deine Zeit, für unser Gespräch und dass wir hier Gast sein durften im Parlament hier in Wien in der inneren Stadt. Danke, es ist dein hohes Haus und kommt bald wieder. Danke, mache ich gerne. Wenn es auch dir gefallen hat, dann like das Video, hinterlasse einen Kommentar und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.